Wenn man von einer Filmadaption spricht, meint man damit, dass eine literarische Vorlage verfilmt wurde. Literarische Vorlagen sind dann also keine Skripte oder Drehbücher, die extra dafür geschrieben wurden, um einen Film zu realisieren, sondern Romane oder geschriebene Theaterstücke, ja sogar Comics, welche mitunter Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte alt sein können und einen Filmemacher dazu inspirieren, diese oder jene Geschichte filmisch zu adaptieren. Beste Beispiele hierfür sind Romane von Hans Föller da, welche bis heute immer wieder gerne verfilmt werden, mitunter sogar mehrmals. So zum Beispiel, jeder stirbt für sich allein, ein Mann will nach oben oder aber der Trinker. Bei literarischen Theatervorlagen wären besonders Karl Zugmeiers, des Teufels General, sowie die Jaten, wie auch der Schindernis hervorzuheben, obwohl man generell die Liste literarischer Vorlagen bis ins Unendliche fortführen könnte. Und hätte es zuvor nicht Comics wie Men in Black oder Die Maske gegeben, würden wohl diese Filme heute nicht existieren. Doch Adaptionen können genauso gut entgegengesetzt funktionieren. Sprich, zunächst gibt es einen Film oder eine Serie, der bzw. die so erfolgreich oder inspirierend war, dass man daraufhin basierende Videospiele etc. entwickelt. So unter anderem geschehen bei Ratatouille oder South Park. Es kann aber auch gut sein, dass man ein Buch zum Film herausgibt. Dies war beispielsweise 2000 der Fall, als das Leben der Marlene Dietrich verfilmt wurde und wenig später ein Paperback in Form des Drehbuchs auf den Markt kam. So unter anderem geschehen bei Ratatouille oder in der Nähe des Drehbuchs auf den Markt kam. So unter anderem geschehen bei Ratatouille oder in der Nähe des Drehbuchs auf den Markt kam. So unter anderem geschehen bei Ratatouille oder in der Nähe des Drehbuchs auf den Markt kam.